Liebe Brautpaare, mein Name ist Melanie Pockenauer. Ich bin die Hochzeits- und Eventplanerin für MoCatering. Ich hole euch, die Brautpaare, dort ab, wo ihr in eurer Planung gerade seid. Unsere Kernkompetenz ist das Catering, bei dem wir für euer leibliches Wohl sorgen. Hierbei blicken wir mittlerweile auf 21 Jahre Erfahrung zurück. Und gerade mit unserem Netzwerk an Poeten, Partnern, werden wir euch optimal unterstützen. Auf der Suche nach der passenden Location haben wir einige, bei welchen wir exklusiv oder bevorzugter Catering-Partner sind. Zum Beispiel die Utten-Gravur oder den Kaschmir-Club. Aber auch der Palast Ruhenems. Oder doch lieber bei euch zu Hause im Garten. Ganz eine neue Location hätten wir im Bildstein. Wunderschön. Wir unterstützen euch, eure Traumlocation zu finden oder das gewünschte Plätzchen zu eurer Traumlocation werden zu lassen. Natürlich darf das passende Kulinarium nicht fehlen. Menü, Buffet oder lieber Flying Dinner. Gerne stellt unser Küchenteam euer Wunsch-Kulinarium zusammen. Sicher einzigartig und ein Highlight ist unser jährlicher Brautleute-Abend in der Utten-Gravur. Dort habt ihr die Möglichkeit, euch von unserem kulinarischen Können zu überzeugen und im gemütlichen Ambiente einen feinen Abend zu genießen. Ich freue mich riesig, von euch zu hören. Ich freue mich, bei eurer Planung zu unterstützen. Ich freue mich, euren Tag zu einem der schönsten Tage in eurem Leben werden zu lassen. Euer Mo Catering Team.